bittibittiba hallo meine lieben freunde schön dass ihr eingeschaltet habt zu diesem schnellen kleinen video hier bzw es wird wahrscheinlich gar nicht so schnell und klein werden aber ich will euch trotzdem die infos geben und die neuen champions zeigen bevor jetzt die fusion morgen startet da werde ich natürlich noch mal über die termine und den fusionsplaner drüber gehen also den fusionsplaner werde ich natürlich trotzdem updaten aber es gibt auch neue infos zur fusion vielleicht habt ihr es auch schon gehört und ich bin ehrlich ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht es kommt jetzt darauf an was sie daraus machen im endeffekt von daher gucken wir mal rein was sie uns hier heute kurz vor der fusion mitgeteilt haben denn es gibt änderungen an der art wie diese funktion stattfinden wird so hier seht ihr es das ist der eintrag von banana jam content creator manager sozusagen hier mit bei uns und natürlich es wird wieder so sein dass man pro knie fusionieren kann aus vier epischen champions aber diese epischen champions die werden nur aus fragmenten erhältlich sein das heißt also quasi wir haben jetzt eine mischung aus der classic fusion zusätzlich zur fragment fusion im endeffekt fahren sparen wir uns sozusagen das hochleveln der seltenen champions das aufsteigen lassen der seltenen champions und kriegen gleich alle vier epischen oder haben die chance alle vier epischen zu bekommen müssen die natürlich noch leveln müssen die noch mit tränken versorgen welche epischen das sind sehen wir gleich noch aber die müssen wir aus fusion bzw fusion fragmenten erfahren aus den verschiedenen events leider wissen wir erst morgen wie viele fragmente es jeweils immer gibt aber was wir ja wissen habt ihr auch im video schon gesehen dass wir den fusion planer haben dass wir immer ungefähr wissen was könnten jetzt für sachen drankommen also das wird natürlich dann morgen wieder geupdatet für pro knie sobald ich weiß wie die termine sind und zeit habe das zu ergänzen und hier werde ich dann auch reinschreiben natürlich wie viele fragmente wie viele punkte werden wir benötigen um die einzelnen fragmente zu bekommen das werde ich dann auf jeden fall auch noch ergänzen hier mit in der tabelle also der link ist wieder in der video beschreibung wenn ihr dann reingucken wollt sobald ich daten habe punkte fragmente die wir bekommen können wird das natürlich wieder hier eingetragen aber was wir wissen wir werden auf jeden fall ausbildungsereignisse sehen wir werden dann schon taucher ereignisse sehen wir werden sicherlich die meisten dungeons sehen wie trache spinne feure der eiskole das wird auf jeden fall dabei sein dann champion training wird dabei sein denke ich mal beschwörungsrausch und champion jagd sind ja immer dabei deswegen müssen wir auf jeden fall damit rechnen dass wir ja unsere splitter brauchen werden allerdings muss man auch sagen wir haben vielleicht auch glück dass wir den ein oder anderen epischen champion ziehen können weil doppeltes antike splitter event ist am wochenende das heißt hier die chance vielleicht einen von den neuen epischen schon zu erhalten und sich das ein oder andere event dann damit auch zu sparen aber wir müssen auf aufpassen wie das ganze aufgeteilt sein wird von den fragmenten also gibt es zum beispiel am anfang erst mal die fünf fragmente jeweils immer vom selben champion oder gibt es 10 15 je nachdem ich meine sie können sie ja nicht so aufbauschen wie eine normale fragment fusion also es muss mehr fragmente innerhalb der einzelnen wettbewerbe und ereignisse geben das ist klar aber wie ist das gibt es immer von demselben champion je ereignis die wettbewerb oder sind es unterschiedliche fragmente wenn sie schlau sind und geld rausholen wollen werden sie unterschiedliche fragmente machen das heißt also dass man zum beispiel die möglichkeit hat am anfang für die niedrigste punktzahl erst 10 von einem epischen zu holen dann für die zweithöchste punktzahl die man erreichen muss fragmente für den nächsten epischen champion und dann noch für einen dritten oder vierten epischen champion so dass man eigentlich an allen wettbewerben und ereignissen teilnehmen müsste also wenn ich geld machen wollen würde würde ich so machen ob es so ist werden wir morgen erst sehen und wie gesagt champion jagd und beschwörungs raus müssen wir auf jeden fall auch mal abwarten vor allen dingen doppelt das antike splitter event da haben wir die chance einige von den epischen vielleicht schon vorab zu bekommen und müssen vielleicht nicht alle wettbewerbe und ereignisse bis zum schluss durchziehen können somit auch ein bisschen ressourcen sparen aber was wir definitiv brauchen sind natürlich die ressourcen das ist klar und da ist immer energie und juwelen sind dabei immer gefragt und silber für die artefakt ereignisse definitiv auch aber ich denke artefakt ereignisse und arena sind somit die erreichbarsten und wie viele fragmente es von jedem champion zu erhalten gibt ist natürlich auch immer so ein bisschen fraglich also müssen wir uns morgen leider ein bisschen überraschen lassen deswegen schauen wir uns jetzt mal die neuen champions an under priest pro knie haben wir ja schon drüber geguckt mache ich morgen noch mal im nächsten video dass wir da noch mal kurz so ein bisschen drüber gehen auch was jetzt die neuesten erkenntnisse sind ich habe leider keinen zugriff auf den testserver konnte ihn jetzt nicht direkt testen kann mir kein direktes urteil erlauben kann nur das sagen was ich in den videos zum beispiel von den anderen gesehen habe weil leider erst ab 8000 abonnenten kann man dann darauf zugreifen auf diesen testserver also abonnieren damit wir auch demnächst solche schönen sachen und angucken und testen dürfen ansonsten es gibt eine neue shadowkin eine neue legendäre shadowkin muss fast sagen wäre auch eine möglichkeit gewesen für die fusion natürlich aber ich muss sagen under priest pro knie gefällt mir irgendwie schon so ein bisschen besser als sie aber was in ihre skills greift ein gegner an setzt ein 15 prozent dauer heilungs buff auf einen verbündeten mit den wenigsten lebenspunkten und auch noch ein 7,5 dauer heilungs buff auf alle anderen verbünden die 30 prozent lp oder weniger haben also hier auf jeden fall eine heilfähigkeit auf der a1 das heißt wir können durchaus immer dauer heilungs buff haben zum beispiel mit gegen angriff verbündeten angriff sowas würde sich das hier natürlich anbieten dann zweite fähigkeit platziert einen lähmungs debuff auf einen zielfeind sozusagen für eine runde genauso wie ein lp verbrennungs debuff ein defensiv verringer ein schwächungs ein angriff verringer und ein krit quoten verringerer debuff also sehr viele debuffs die sich hier mit der a2 setzt ist auch was wo ich sage das ist nicht nur eine fähigkeit die man auf einen einzelziel in der welle benutzen kann sondern die sich eben auch bei dem ein oder anderen boss vor allem doom tower boss anbietet und ich denke auch in fraktions kruften kann sowas durchaus hilfreich sein in der arena vielleicht auch müsste man dann testen wie sie sich da verhält aber ist auf jeden fall ganz interessant für den einen oder anderen doom tower boss kann ich mir vorstellen weil lp verbrennung defensiv verringer schwächung angriffs verringer krit quoten verringer vor allen dingen der greift zum beispiel mit seinem krit quoten steigerung mit seinem angriff steigerung geschwindigkeits steigerung da ist sowas natürlich sehr sehr hilfreich perfekt body ja perfekter körper in einem perfekten geist entfernt alle debuffs von allen verbündeten und setzt dann einen blocke debuffs buff auf sie für zwei runden halt außerdem alle verbündeten um 35 prozent ihrer maximalen lp und 5 prozent weiter für jeden debuff der von ihnen entfernt wird also auch sehr viel heilung hier erst das kill mit heilung a3 mit heilung also ziemlich nett wenn sie aus dem passiver skill wenn sie einen debuff bekommt transferiert sie ihn sofort zurück von diesen champion auf den angreifer oder mehrere debuffs sogar ja das hat eine abklingzeit von drei runden und es kann keine debuffs darüber transferieren die nicht entfernt werden können also von daher das ist schon mal ganz coole fähigkeit vor allem als passive fähigkeit dass man diese debuffs wieder zurückwirft deswegen auch gesagt beim greifen der vielleicht die debuffs von uns auf uns zurückwirft und wir werfen dann einfach unsere debuffs wieder zurück auf den greifen das ist hier denke ich meine ganz coole strategie auch für den greifen und dann steigert die angriffe aller verbündeten in den fraktions kruften um 42 prozent wobei 42 prozent echt eine gute aura ist dann haben wir fengi auch wieder shadowkin greift ein gegner dreimal an jeder treffer hat eine 30 prozentige chance einen 30 prozent geschwindigkeitsverringerungs debuff zu verleihen geschwindigkeitsverringer auf der 1 auf jeden fall schon mal nicht schlecht lässt sich auch die chance noch ein bisschen steigern also ich denke mit der gesteigerten chance sollte es eigentlich relativ sicher sein dass er einen verleiht dann mit genug genauigkeit a2 greift ein gegner dreimal an jeder treffer hat eine 50 prozentige chance das runden meter des ziels um 15 prozent zu verringern das heißt also drei mal 15 sind wir bei 45 hoffe das war jetzt richtig das bedeutet also um 45 prozent ist auch ganz gut bei champions oder bei bossen die auf diese runden meter verringerung so kritisch reagieren das könnte bei dem einen oder anderen boss auch im doom tower hilfreich sein dieses runden meter mit drei schlägen zu reduzieren so dass er es nicht auf einmal macht sozusagen diese 45 prozent sondern jeweils mit jedem treffer noch mal macht das nicht so viel schaden vielleicht bei dem einen oder anderen doom tower boss entsteht das nicht so krasse skills ausgelöst werden wie das ja manchmal der fall ist greift ein gegner zweimal an jeder treffer hat eine fünfprozentige hat ein jeder treffer platziert ein fünf prozent gift debuff auf das ziel für drei runden ignoriert zehn prozent der defensive des ziels für jeden gift debuff auf dem ziel also das heißt quasi wir können auf jeden fall mindestens zwei gift debuff setzen und können dann dafür noch die defensive ignorieren deswegen wie gesagt auch boss skill mäßig ziemlich nice nicht nur für dungeon bosse auf doom tower bosse vielleicht sogar so ein bisschen für den klaren boss aber ich würde eher ihnen bei dungeon bossen und doom tower bossen einordnen wegen dem beschwindigkeits ringer für den clan boss hat er jetzt außerdem gift nicht viel zu bieten deswegen eher für die anderen bosse geeignet christ guard war so ein bisschen broken also der war etwas overpowered den haben sie noch mal ein bisschen angepasst bevor sie morgen auf uns loslassen also wenn ihr die videos zu giz card schon gesehen habt da wird es ein paar oder da gab es ein paar anpassungen und die kann man auch gleich sehen das betrifft vor allem seine a2 mit dem provozieren weil das hätte ihn zu zu stark gemacht vor allem für einen epischen champion a1 greift ein gegner an hat eine 50 prozentige chance einen angriffsverringer zu verleihen dann a2 greift alle gegner an hat eine 50 prozentige chance einen provozieren debuff zu verleihen und außerdem setzte einen schild barf auf sich selber der 25 prozent seiner maximalen lp entspricht er ist ein defensiver champion weiß nicht was seine ausgangs lp sein werden also da können wir auf jeden fall noch gespannt sein müsste man noch mal in die videos reingucken ob das am ende natürlich trotzdem noch so ist es wieder eine andere frage aber das hier hat einen cooldown von drei runden jetzt das waren vorher zwei runden das heißt der provozieren die barf der für eine runde ist hätte sich immer wieder draufsetzen lassen hintereinander ohne dass man jemals zum zug kommen könnte weil er auch noch andere fähigkeiten haben mit seinem runden meter dann setzte auf seiner a3 einen defensivsteigerer buff und einen angriffssteigerer buff auf alle verbündeten für zwei runden hat er noch diese passive fähigkeit füllt das runden meter dieses champions um 15 prozent wenn immer er angegriffen wird bei einem gegner der unter einem provozieren die barf oder einem angriffssteigerer buff beziehungsweise einem angriffsverringerungs buff und debuff unterlegt die haben sie glaube ich einen kleinen fehler eingebaut aber auf jeden fall steigert er seinen runden meter noch mal 15 das haben sie auch ein bisschen runter geschraubt das war erst höher das heißt er wäre halt immer wieder zum zug gekommen und hätte immer wieder provozieren können mit dieser zweier runden meter zahl also mit der runde mit zwei runden abklingen zeit statt drei runden wäre er hat immer wieder dran gewesen hätte immer wieder provozieren können und die gegner werden gar nicht mehr aus dem provozieren rausgekommen das hätte ihn ziemlich op gemacht auf jeden fall dann und das haben sie jetzt ein bisschen reduziert außerdem hat danach eine aura erhöht die defensive von allen verbündeten in den fraktions gruppen um 27 prozent dann haben wir demon spawn skimpfoss de consumed sieht auf jeden fall ziemlich nice aus man sieht auch dieses diese eine gesichtshälfte die er jetzt hier hat ist auch so ein bisschen bei ihr so also die beiden haben so ähnlichkeiten irgendwie gerade obwohl der eine shadowkin ist und eine dämonen brut haben sie sich da von beiden so ein bisschen inspirieren lassen scheinbar greift ein gegner zweimal an die der erste treffer hat eine 35 prozentige chance ein defin ein geschwindigkeitsverringer die bach zu verleihen der zweite treffer hat eine 35 prozentige chance das runden meter des ziels um zehn prozent zu senken dann a2 greift alle gegner an hat eine 75 prozentige chance den angriffsverringerung die bach zu verleihen für zwei runden nach dem angriff transferierte alle die bachs außers dann frost schlaf wanken angst wahre angst und provozieren von allen verbündeten auf diesen champion das heißt wir können quasi sehr viele die bachs transferieren aber auch einige wichtige die bachs nicht ein bisschen schade natürlich aber verständlich warum sonst könnte man auch gleich sagen er entfernt alle die bachs so hat man natürlich noch so ein bisschen eine einschränkung auf okay er kriegt jetzt alle geschwindigkeitsverringer alle defensivverringer schwächungen und so weiter und so fort geht alles auf ihnen drauf so dann die a3 transferiert alle die bachs von diesem champion auf ein ziel auf ein ziel an steht 100 prozent des runden meters des ziels wenn diese angriff kritisch trifft und das spielt natürlich mit seiner a2 so ein bisschen zusammen quasi er zieht erstmal alle die bachs weg die jetzt nicht dann freeze und so weiter sind und gibt sie dann mit seiner a3 auf ein anderes ziel wieder und verringert noch das runden meter dieses ziels und das denke ich mal ist auch ein ziemlich cooler starker arena skill ich meine er ist ein attack ein angriffschampion attack type wollte ich jetzt gerade sagen aber er ist ein angriffschampion und das heißt natürlich er ist etwas fragil wahrscheinlich ist also schwierig zu sagen er kriegt jetzt alle die bachs wird dann vielleicht nochmal angegriffen wenn er defensivverringer und schwächung drauf hat kann ich mir schwierig vorstellen müsste man gucken wie man ihn am besten baut dass er nicht gleich mit dem ersten treffer umfeld dann passiver skill halt diesen champion um fünf prozent der maximalen lp für jeden debuff auf ihn am start jeder runde wenn dieser champion unter vier oder mehr debuffs steht setzte ein 50 prozent angriffsteigerer buff einen 30 prozent krit damage steigerer buff auf diesen champion für zwei runden also er kriegt sozusagen nicht nur die debuffs alle ab er setzt sich selber auch ein angriffsteigerer und ein krit damage steigerer buff noch mal drauf und er hat noch eine aura erhöht die an erhöht den angriffswert im doom tower für alle verbündeten um 30 prozent so dann haben wir hier mordecai vom heiligen orden auch sehr interessant hier komplett verhülltes gesicht greift ein gegner an hat eine 30 prozentige chance das rundmeter des ziels um zehn prozent zu verringern hat eine 60 prozentige chance stattdessen wenn das ziel unter einem lp verbrennungs debuff sich befindet das heißt wenn das ziel und ein lp verbrennungs debuff ist steigt seine chance auf 60 prozent an kann noch mal erhöht werden um 15 prozent von daher spielt das vielleicht auch so ein bisschen mit dem lp verbrennungs debuff von unserer legendären weiter oben zusammen a2 hat eine 75 prozentige chance das runden meter aller feinde um 15 prozent zu verringern füllt das runden meter aller verbündeten um 15 prozent also wir verringern und füllen quasi gleichzeitig was immer ein sehr guter skill an sich ist vier runden abklingt zeit lässt sich auf drei runden runter reduzieren erinnert mich so ein bisschen an lysandras kill die ja auch das runden meter reduziert und unsere runden meter steigert hat eine 75 prozentige chance ein lp verbrennungs debuff auf alle verfeinde zu setzen spielt mit seiner a1 natürlich super zusammen setzt einen angriffsteigerer buff auf alle verbündeten für drei runden und hat außerdem noch die genauigkeitssteigerung in allen schlachten um 40 was im doom tower auch nützlich sein kann auf jeden fall und man muss natürlich sagen es hört sich interessant an was er so macht ich fände es mal ganz interessant so was ähnliches wie krupp tuk moosbar zu haben also so ähnlich was er hier jetzt macht dass man erst irgendwie die möglichkeit hat sich selber die was zu verleihen aber die dann vielleicht auch selber gleich noch mit der nächsten attacke oder so auf den feind zu übertragen oder dass man zum beispiel auch den feind bufft und dann irgendwas mit diesen buffs macht was den feind total umhauen kann also das wäre auch mal eine interessante konstellation dass man sich selber oder das team bufft sondern die feinde gebufft werden und man dann irgendeinen skill hat der irgendwas an je nach buff wie viele buffs derjenige dann drauf hat noch mit dem feind macht schaden anrichtet oder so das wäre natürlich auch cool fände ich auch mal ganz interessant solche skills zu sehen anstatt immer nur wir verleihen uns irgendwelche debuffs und dann passiert irgendwas oder wir glänzen irgendwelche debuffs werden ziehen welche debuffs werfen die nur zurück wäre halt mal umgedreht mit buffs auch ganz interessant ich weiß nicht was ihr dazu denkt könnt ihr mal in die kommentare schreiben also wir sehen wir haben eine andere fusion als die die wir sonst haben mit fragmenten aber das muss nicht unbedingt schlecht sein also ich weiß auch dass es immer viele leute gibt die sagen wir finden diese fragment fusionen besser als die normalen classic fusionen wenn wir nach den fragmenten eben gehen und uns diese holen von daher schon mal ganz interessant zu sehen dass ich jetzt so mixen weil ich sage mal so man konnte sich ja so ein bisschen darauf einstellen aber es ist vielleicht auch immer schlecht von plarium zu sagen wir müssen jetzt immer vier neue seltene champions rausbringen dann müssen wir noch vier neue epische champions rausbringen weil wir wollen ja nicht mehr dass die leute ihre alten champions bunkern sondern sie sollen ja neue champions benutzen der nachteil hier dran ist natürlich wir können zwar die epischen erstmal so bekommen durch die fragmente aber die müssen wir dann auch opfern können sie quasi nicht direkt behalten es sei denn wir sagen okay wir wollen jetzt den legendär nicht oder wir schaffen den legendär nicht und wir behalten nur den epischen den wir haben wollen oder die epischen die wir haben wollen können ja auch mehrere sein also das ist dann schon wieder so ein bisschen nachteil natürlich im gegensatz zu einer classic fusion aber an sich kann man das auch positiv sehen weil wenn ich weiß ich schaffe zum beispiel die legendäre fusion nicht weil es einfach zu viele events und so weiter dann kann ich mich vielleicht einfach darauf konzentrieren mir den epischen den ich will oder zwei epische die ich möchte zu holen und sage dann ok mehr schaffe ich halt nicht aber das sind halt zwei sehr gute epische champions weil mal ganz ehrlich die skillsets von den epischen champions sehen schon ziemlich nice aus finde ich sehr interessant machen sich sicherlich auch gut also bei dem einen oder anderen hat man es schon gesehen dass sie gut funktionieren und deswegen zum beispiel mordecai könnte auch bei der spinne ganz nett funktionieren mal schauen wir werden sehen was die fusion bringt was die einzelnen champions machen wie gesagt leider muss ich ja meine dann wenn ich unseren legendären champion beschwören möchte auch opfern muss halt sehen dass ich die dann wieder aus splittern rausbekomme kann quasi dann auch keinen direkten guide dazu machen klar wenn ich die habe und level aber jetzt jeden extra dann noch mal auf level 60 zu bringen auf dem test server ist das einfacher da sind die ressourcen egal aber jetzt selber dann zu sagen okay jetzt muss ich alle auf level 60 bringen um die zu testen dann muss ich halt wirklich du blätten ziehen davon oder sowas da kann ich halt nicht direkt dann geiz daraus machen aber ja vielen dank fürs zuschauen ein däumchen ist immer ein träumchen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten video bis dahin tschüssikowski bis dahin tschüssi